Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Scholz und Starmer wollen deutsch-britische Beziehungen intensivieren. Intensivierung der deutsch-britischen Beziehungen? Scholz und Starmer streben nach engerer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Großbritannien. In einer jüngsten politischen Initiative haben der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der britische Oppositionsführer Keir Starmer betont, wie wichtig es ist, die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien zu verstärken. Bei einem gemeinsamen Treffen in Berlin äußerten beide Politiker den Wunsch, die gemeinsamen Interessen beider Länder zu fördern und den Dialog über zentrale Themen weiter auszubauen. Scholz verwies auf die historische Verbundenheit beider Nationen und erklärte, dass die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Wirtschaft, der Verteidigung und bei Fragen des Klimas, von herausragender Bedeutung sei. Er wies darauf hin, dass gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten der Dialog zwischen den Ländern unerlässlich werde. Starmer stimmte diesem Punkt zu und hob hervor, dass eine enge Partnerschaft die Voraussetzung sei, um gemeinsamen Herausforderungen effektiver begegnen zu können. Ein weiterer zentraler Punkt des Gesprächs war die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen. Scholz und Starmer diskutierten über mögliche Maßnahmen zur Stärkung des Handels und der Investitionen zwischen den beiden Ländern. Scholz merkte an, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung sei, insbesondere nach den wirtschaftlichen Erschütterungen, die durch die Covid-19-Pandemie entstanden sind. Starmer zeigte sich optimistisch, dass durch gezielte Kooperationen in verschiedenen Sektoren neue Chancen geschaffen werden könnten, was beide Politiker als einen wichtigen Schritt in Richtung Wiederbelebung der Wirtschaft bezeichneten. Im Bereich der Verteidigung erörterten die beiden Führer die Notwendigkeit, die sicherheitspolitischen Beziehungen zu festigen. Scholz betonte, dass das derzeitige geopolitische Klima, insbesondere im Angesicht von aggressiven Tendenzen anderer Staaten, eine verstärkte militärische Zusammenarbeit erfordere. Starmer ergänzte, dass gemeinsame militärische Übungen und Informationsaustausch notwendig seien, um die Sicherheit beider Nationen zu gewährleisten. Dies sei nicht nur im nationalen Interesse, sondern auch im Interesse der europäischen Stabilität. Ein Thema, das besondere Aufmerksamkeit erhielt, war der Klimawandel. Scholz und Starmer waren sich einig, dass beide Länder eine Schlüsselrolle im globalen Kampf gegen den Klimawandel spielen müssen. Scholz stellte heraus, dass Deutschland bereit sei, mit Großbritannien zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln und den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen. Starmer wies darauf hin, dass der Austausch von Technologien und Best Practices entscheidend für den Erfolg der Klimaziele beider Länder sei. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Er äußerte die Hoffnung, dass diese Zusammenarbeit auch eine Signalwirkung für andere haben könnte. Insgesamt spiegelte das Treffen zwischen Scholz und Starmer den Willen beider Politiker wider, die deutsch-britischen Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben. Mit Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen sind beide fest entschlossen, die Partnerschaft nicht nur zu intensivieren, sondern auch aktiv zu gestalten, um langfristige Vorteile für die Bürger beider Länder zu schaffen. Die Ergebnisse des Treffens werden von Beobachtern als vielversprechender Schritt in Richtung einer stabileren und engeren Zusammenarbeit beider Nationen gewertet. Experten sind sich einig, dass eine enge deutsch-britische Partnerschaft sowohl für das wirtschaftliche Wachstum als auch für die geopolitische Stabilität im europäischen Raum von wesentlicher Bedeutung ist. Autor Anita Farke, Mittwoch, 28. August, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sau Scotch, 25.